Electrical Ranch Jetpack, wie geht der eigentlich? Ah, so teuer ist der auch nicht. Bad Box. Also muss ich erstmal ins Neta, das ist das dumm... Oh, doch, teuer. Teuer. Überteuert. 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 Hallo Leute, es regnet immer noch und wir sind ja mal wieder bei Unleashed. So, das ist noch nicht fertig. Ich bin auch dumm. Und lass es nicht einfach fertig sein. Werden. Tun. So, äh, ich hab kein Eisen mehr. Wisst ihr was? Ich mach mal das. Mach Regen aus. Denn es nervt. Das teuren. So. So. Und so. Und ich weiß jetzt nicht, wie man das craftet. So, dann packen wir das da rein. Kann sein, dass es für sauber auch reicht. Ähm, dann wollte ich mir eigentlich gucken, wie man so ein Auto-Crafting-Table macht. Und zwar geht das mit Wood Girls. Und diese Wood Girls sind so billig, Leute. Ich geb's gleich um, wenn ihr das seht. Und zwar, die gehen einfach mal aus Holz. Dass man halt zu Stickies macht. Und das sollte... Reichen. Dann brauch ich noch ein Crafting-Table, aber ich hab ja kein Holz mehr. So. Rubber Boot sollte eigentlich direkt zu Stickies... Nein. Okay. Wieso? Packt das. Hatte ich auch vorhin. Kann ich mal so machen. Dann leckt's nicht mehr. Oh. Scheiße. Jetzt hab ich alles zu Stickies gemacht. Hab ich noch ein bisschen Holz? Diesmal fällig, fällig nicht rum. Ich will halt nicht den anderen dort benutzen. Kann ich auch nicht. Autoworkbench. Und zwar... Kann man mit der einfach Sachen drinnen lassen. Mit der drinnen lassen. Und die braucht nicht mal Energie oder so. Dann kann ich ja direkt das da reinpacken. Sollte da sein. Dann brauche ich... Drei Flints. Zwei... Kobbel. Und dann brauche ich noch den Machine-Block. Und der sollte ja... Jetzt... ...bald fertig sein. Die Machine-Block können wir bei einem normalen Crafting-Table machen. Ja. Und das ist schon fast fertig. Wie gesagt. So. Dann könnte ich eigentlich dieses... Da... Da... Da gab es hier auch noch Eisen. Hä? Da. Aluminium? Nein. Hä? Iron. Da. Hä? Bringt nichts. Bitte? Ja. Hab ich. Massen. Massen. Vier brauche ich, glaube ich. Für die AE... Äh... E-Batterie. AE-Batterie. Und so... Vier. Okay. Pack ich mal rein. Ich will nicht zu viel verschwenden. Flens. Die drei Flens. Ah. Ich habe Refined Iron. Ah, ja. Das hatte ja genau gereicht. Schon gedacht. Ja, ja. Schreib es nicht in die Kommentare. Ich habe es gerafft. Machine-Block. Kommt das da rein? Was macht das? Klick zu Kraft. Autoworkbench. Okay. Maserator. Ja. Den haben wir ja schon. Dann brauchen wir eine... E-Batterie. Die ging... Was braucht es oben? Sag mal nicht. Refined Iron. Dann kipp ich um. Ah, Cobra Cable. Puh. Und ich habe keinen mehr. Noch nicht genug Kohl. Bargisch Malzen. Kommt das da rein kurz. Okay. Okay. Das mache ich dann mal erstmal da. So. Unisolated. Mach ich Copper Cable. Habe ich ja schon eins dann. Und dann können wir... Mache ich dann lieber auch bei der anderen Seite. Da können wir schnell eine Batterie craften. Und jetzt brauche ich mal... Mal... Jetzt baue ich mir mal einen Generator. Der geht ja mit Refined Iron and Iron Furnace. Und der Iron Furnace geht aus Eisen. Also brauche ich erstmal richtig viel Eisen. Der E-Batterie sollte eigentlich da unten sein. Oder? Ne. Um. Okay. Der Maserator. Kommt dann erstmal... Torwart hin. Provisorisch. Braucht dann auch eine Wrench. Um ihn abzubauen. Abzubauen können. Tun. Dann kommt mal. Rubber wird rein. Wird gleich zu Copper... Äh zu... Rubber. Will ich aber erstmal sehen. Damit mir nichts Falsches passiert. Nein. Hä? Okay. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Dann... Muss ich kurz den blauen Baum pflanzen. Ja. Wir fangen schon mal ganz gut an. Finde ich. Bei der vierten Folge haben wir schon einen Meserator. Und gleich auch noch einen Generator. Und den kann... Diesen Baum kann ich eigentlich auch... Mit Knochenmehl machen. Dingens. Wow. Leck. Er soll erstmal nicht lecken. Danach springe ich runter. Okay. Und zwar... Dort. Okay. Und wieso sporne ich immer bei der anderen Seite der... Der Welt. Aber echt jetzt... Ich hab die ganzen XP's verloren. Ja. Müsst ihr mir nicht sagen. Die... Die meisten Leute kennen mich, ja. Ich hab jetzt bestimmt auch draußen eine neue Zuschauer. Boah. Meine Dummheit. Echt jetzt. Okay. Hab ich alles? Sollte ich. So zau ich mich gleich auf die Stirn. So echt... Bam. So eine... Damit das... Der Kopf explodiert. Boah. Hm. Leck nicht. Leck mich. So. Ähm. Let's death. Delete. Down. Okay. Okay. Mach ich mal schnell so. Okay. Jetzt ist es weg. Okay. Das ist jetzt Dschungelwood. Wo geworden. So kann ich das zu Planks machen. Und man kann da rein. So. Es leckt aber wieder. Egal. Ich geh erstmal zur Höhle. Brauch ich ja nur Eisen. Nur Eisen. Das eigentlich noch da sein sollte. Okay. Ich hab nicht so viele Level verloren. Wenn ich mich nicht täusche. Ähm. Okay. Ja. Dann könnte ich vielleicht erstmal das Wasser hier entfernen. Von beiden Seiten. Das ist Fire Shard. Wenn ich mich nicht täusche. Kann ich auch mitnehmen. Direkt. Okay. Ich dachte... Es gibt noch mehr. Das ist... Ähm. Wona Z. Was ist das denn? Kenn ich irgendwie nicht. Hey. Meine Maus ist wieder zurückgefallen. Ähm. Mit dem Bogen. Na klar. Es braucht richtig viel Eisen. Ein bisschen davon muss zu Refined Iron gemacht werden. Ein bisschen nicht. Ein Furnace würde ich mir glaube ich gerne auch machen. Ein electrical Furnace. Induction nicht direkt. Okay. Das ist Wies Shard. Zauber Shard. Den braucht man glaube ich öfters. Mal. Der bringt mehr. Der bringt glaube ich mehr. Ähm. Dingens dort. Als ähm. Die ganzen anderen. Ich guck alles. Oder so. 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 Ähm. Spielzeug ist gleich kaputt. Oder? Was bringt der denn alles? Ah. Der bringt Zauberrei. Dass das andere nicht hat. Etwas das die anderen nicht haben. Hm. Okay. Scheiß Hund. Darf ich. Vorstellen. Mein Hund. Bleed. Da ist Dreadstone. Okay. Ich habe so viel mitgenommen wie ich konnte. Von allem. Okay. Ich kann eigentlich noch ein bisschen was nehmen. Eisen zumindest. Aber naja. Sollte eigentlich reichen. Oder glaubt er vielleicht dass ich mehr brauche. Nicht angucken. Nicht angucken. Nicht angucken. Wow. Zu flüssig. Zu flüssig. Hätte ich nicht gedacht dass ich so etwas sagen würde. Wer also an Eisen mangelt hier. Könnt ihr sehen. Das braucht man so oft. Ich könnte ausrasten. So. Äh. Das kommt hier rein. Das auch. Das auch. Rast kommt erstmal da rein. Okay. So. Ich habe alle Shards. Außer. Ähm. Diesen anderen Verrückten da. Den man. Glaub ich auch nie so häufig braucht. Okay. Ich brauche drei Refined Iron. Warte. Und dann kann ich auch direkt gucken was der Ofen braucht. Oder? Ja. Weiß mal das. Drei. Ähm. Warte neun. Warte acht. Acht. Ich könnte auch den anderen upgraden. Da brauche ich weniger. Ja. Da brauche ich fünf Eisen und den anderen. Fünf Eisen und den anderen. Fünf Eisen und den anderen. Und drei. So. Also acht. Und die drei müssen noch mal rein. Fünf. Ich klasse zu mir schnell in den Ofen. Ähm. Erstmal in den Ofen. So. Iron Furnace. Kommt dorthin. Und dann brauche ich drei Refined Iron. Oder? Ja. Sonst nichts. So. Dann mache ich mir mal einen. Furnace. Und zwar ein Electric Furnace. Port Furnace. Induction Furnace. Electric Furnace. Der geht mit einem Iron Furnace. Electronic Circuit. Und zwei Redstone. Was wie viel zu viel Eisen. Aber ich glaube das wird gleich nicht mehr mangeln. An Eisen. Ferris. Habe ich voll nicht gemerkt. Dass ich Ferris gesammelt habe. So. Meserator. Generator. Und dann brauche ich richtig viel Kohle. Und dann kann ich alles hier meseraten. Direkt. Ja. Und ich habe langsam echt keinen Bock mehr. Ich habe schon vier Folgen aufgenommen. Wenn ich das jede Woche machen muss. Boah. Boah. Eh. Mein Kopf tut schon weh. So viele Rezepte. So viele. Kann man sich irgendwie schnellern oder so? Autocrafting Table. Mit Stein. Stein. Stone Gears. Oder so vielleicht. Weiß ich nicht. Ah. Generator. So. Dann brauche ich den Generator dorthin. So. Kann ich mal eigentlich den Electric Furnace dann schnell machen. Hab ja noch seit Zeit. Electric Furnace. Das geht ja. Jetpack. Jetpack könnte ich mal auch mal machen. So. Redstone. Electric Furnace. Also brauche ich den anderen. Warte. Habe ich ja Eisen noch? Ne. Nicht Träume. Ich träume nur rum. Rum träumen. Okay. Gold. Die Stickies kommen dorthin. Der Pfeil dorthin. Warte dann. Ja. Ich glaube das da oben sollte fertig sein. Glaube ich mal. Ja. Und wenn es fertig ist dann. Also der Baum ist schon gewachsen. Das will ich mal. Das will ich sagen. Aha. Guck ich mal. Ja. Okay. Da hat auch diese Pickel hier. Ich habe aber vergessen Tweetup mitzunehmen. Diesmal spreng ich nicht einfach so runter. Ja. Zu 9. Ich gucke ja schon dort. Boah. Hat das gehört. Ja. Es leckt ein bisschen bei mir gerade. Werd ich auch mal gucken ob das bei euch auch dann leckt. Ich glaube aber nicht. Ja. Wenn ich gerade 30 FPS habe und irgendwas öffne dann ist es übel. Ich sollte lieber erstmal warten immer bis es wieder sichtig sind. Ist doch gerade nachts. Ja ja. Ja ja. Ja ja. Okay. Drei. Hm. Extractor. Ich brauche ja. Warte wie viele. Ich brauche ja. Ich brauche sechs Copper Cable. Die so. Die so. Dicke Dingens. Ich brauche zwei mal drei. Fünf braucht man für einen Tweetup. Ja. Deswegen geht er auch so schnell kaputt. Hm. Electrical Range. Jetpack. Wie geht der eigentlich? Ah. So teuer ist der auch nicht. Bad Box. Also muss ich erstmal ins Neta. Das ist das dumm. Oh. Doch. Teuer. Teuer. Überteuert. Überteuert. Ja. Null. Sortieren. Okay. Dann gucke ich nochmal oben vorbei. Mache alle Blätter erstmal weg. Viele sagen das bringt was. Ich denke das bringt nur was damit man mehr Bäume hat. Wieso habe ich jetzt das Ding da nicht mitgemacht. Äh. Kochmehl. Die Knochen hatte ich ja schon fast in der Hand. Die hatte ich schon fast in der Hand. Wieso bin ich so dumm. Hätte ich jetzt richtig geil ausnutzen können. Okay. Ich habe ja noch einsetzlichen bekommen. Ja. Drei Bäume. Okay. Also fange ich doch mit Industrial Craft an. Irgendwie. Der hat dort noch ein paar Pickel. Ich mach mal ganz. So. Der hat jetzt keine mehr. Okay. Dann baue ich ihn mal ab. Auf jeden Fall. Nur ein Ding da will ich ihn jetzt nicht behalten. Hab ja schon zwei Bäume mehr. Ich geh dann mal nach unten. Und dieses Mal ein bisschen schlauer. Und fahr erstmal dorthin. Longfallboot oder so. Das wollte ich mir vielleicht machen. So. Fünf Stück Resin. Die kommen mal in den Ofen. Erste Folge der Woche. Die ist dann Donnerstag. Also. Ja. Ich nehme gerade am Freitag auf. Samstag wird das glaube ich alles gerendert. Und auch hochgeladen. Und dann seht ihr das her an Montag. Das war schon. Das erste. Ist schon richtig geil. Ich mags voll. Man ist irgendwie hinter den Szenen von den. Gibt's Playern. Man weiß ungefähr wie die leiden. Jeden Tag. Und ja. Äh. Das ist schon ein bisschen extrem. Manchmal. Ich warte hier erstmal. Dass das ganze hier fertig ist. Das ganze RuPaul gedöhnt. Dann kann auch das da rein. Dann hole ich mal ein bisschen mehr Kohle. Äh. Bringt das was? Nö. Boah. Ja. Sowieso so viele dann. Okay. Reicht gerne. Oh. Nicht aus. Kommt dann Eis. Kann auch da rein. Sortieren. Und dann. Können wir so machen. So. Und so. Haben wir Copper Cable. Refined Iron haben wir jetzt nicht mehr. Okay. Redstone schon. Okay. Dann werden wir bei der nächsten Folge halt. Äh. Diesen. Äh. Furnace machen. Den Electrical Furnace. Der Eisen Furnace geht ja leicht. Der hier. Ist ein bisschen. Ja. So schwer ist er noch. Auch nicht. Ein Refined Iron. Mit diesem Force Angled. Und ich weiß auch nicht wie man das bekommt. Force Gam und zwei Eisen. Ah. Das ist so etwas wie Kohle dann. Okay. Dann. Machen wir das mal. Können wieder austesten. Dann bekommen wir Force Angled. Dann brauchen wir einen Redstone. Was brauchen wir da. Ja. Und einen Redstone. Und diese Kabel dort. Okay. Mach ich dann schnell. Wenn das so leicht geht. Wieso auch nicht. So. Dann haben wir. Aber wir kommen aber zwei raus. Aha. Iron Furnace geht ja. Ja. So viel Eisen. So viel Eisen habe ich nicht. Okay. Dann haben wir erstmal so viel. So viel dazu. Und. Leder habe ich ja richtig viel. Ja richtig viel. Essen brauche ich jetzt. Nur noch. Okay. Der brennt nicht mehr. Okay. Dann war es das letzte. Ähm. Hat mir viel Bock gemacht. Äh. Leck nicht. Bitte nicht. Äh. Und. Mal sehen. Wie. Was da rausführt. Also. Ich habe bis jetzt richtig viel Spaß. Ich habe hier schon. Generator. Meiserator. Hier ein Auto. Crafting Table. Workbench. Hab schon. Bald. Das andere Teil da. Mehr Eisen habe ich ja nicht. Was ich bin blind. Ja das ist auch Eisen. Aber. Hat eine andere Form. Okay. Dann. Ciao Leute.